So, geht weiter mit den Lost Vikings. Ja, ja, Interplay, hast du nicht gesehen. Hören wir uns mal wieder die geile Mucke hier an. Now, where are we? Wo sind wir? Sieht aus wie eine Wüste. Ja, ich sehe das, Sherlock, bla bla bla. Ich werde, glaube ich, krank. So, alter, die Mucke, die ist ja richtig geil. So, hier rüber und, ach, na ja, klasse, jetzt habe ich schon wieder einen rausgehauen. Gleich am Anfang! Aber wie soll ich das mit Bailiok schaffen? Kann mir das mal jemand sagen? Das geht doch nicht. Hallo? Na, egal. Erstmal Olaf rüber. Zack. An Eric. Hula. Ach, ja, jetzt habe ich eine Idee. Pass auf. Wie gesagt, ab hier ist alles blind. Seht ihr die Nüsse da? Bam, die kommen nämlich runter. Und dann schaffe ich es auch mit ihm. Zack. So, ich bin mal gespannt. Oh, 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 oh. Oh, fuck, oh, fuck. Nein! 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 Nochmal von vorne. Von vorne das Ganze. Ich glaube, da bringt es nichts, wenn ich mit allen drei Leuten rübergehe. Da das ein Fernkämpfer ist, gehe ich jetzt mal volles Mett im Nahkampf gegen den ran. Bam! Genau so wollte ich das. So, hier mal die... Zwiebel, Roten, Zwiebel, was ist das? Was, was, was habe ich... Witt, 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 witt! Ich glaube gar nicht, ey, diese Mocke, die ist so richtig geil. Ich glaube, ich kaufe mir den Soundtrack davon. So, dass ich dann alles in der Disco laufen. So, bewegt dich. Hm, hier wird der Eric. Wir müssen gleich bestimmt in so eine fiese Pyramide rein. Und da sind noch mehr Traps, Alter. Da sind so viele Fallen drin. Okay, jetzt schon Schiss. So. Zack. Da oben ist ein Schlüssel. Was für Schlüssel? Erfüll, heizt uns Keller. Wieso? Wo, 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 wo? Oben bei Frau Hansen! So, da ist so Frau Hansen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh gee, oh fuck. Oh, oh, oh. Was ist das für einer? Ich glaube, hier ist es besser, wenn man das Spiel zu zweit spielt. Äh. Die Gegner werden langsam ein bisschen heftiger. Echt. Aber ich habe ja gesagt, Anfang Safe State und mehr gibt es nicht. Da will ich auch bei bleiben. Also. So, das macht jetzt Bailiok. Was? So ist gut. Oh Gott. Oh nein. Oh, oh, was ist die... Hallo? Hm. Ah, so, so sehe ich das. Ich muss da jetzt rauf und die Aernies da erstmal kaputt hauen. Hm. Aber ich habe dafür auch schon eine Idee. Die Bombe ich weg. Wir spielen jetzt Bomberman. Ah, einen hat es erwischt. Mal gucken, ob ich den anderen im Nahkampf kaputt kriege. Ist natürlich ein bisschen gefährlich, wenn der springt. Na egal. Na egal. Bailiok, geh mal auf Folgen und dann... Ich glaube, mit Lost Vikings könnte man ein richtig gutes Let's Play Together machen. Oh, verpiss dich. Hau ab. Verschwinde. Ich will dich nicht. So, das macht jetzt Olaf. Hä? Und wie soll mich das jetzt weiterbringen? Ich kann jetzt nur nicht mehr zurück. Muss ich das jetzt mit Eric machen? Oh, nein. Jetzt stelle ich mal Olaf hier hin. Und runter. Hallo? Ich komme da nicht mehr rauf. Hallo? Wie geht das? Hä? Bin ich zu blöd hierfür? Dann hole ich mir auf jeden Fall erst mal den Schlüssel. Aber dann kriege ich Olaf hier nicht mehr raus. Scheiße. Scheiße. Geh kaputt da. Nochmal von vorne. Alles von vorne. So. Ja, mittlerweile weiß ich ja, wie das hier weitergeht. So, hier rauf. Pfeil. 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 Und rüber. Und jetzt den Skorpion hier. Zack, zack, zack. Schläge muss geben. Irgendwie ist das doof, dass ich das jetzt zweimal machen muss. Aber es ist egal. Es ist ein geiles Spiel. Ich reg mich auch nicht auf. Ich mach das gern. Und ich bin gerade auch ein bisschen nur so gut gelaunt wegen der geilen Mucke hier. Hat hier ein bisschen was Ägyptisches, aber dann auch noch ein bisschen Dancefloor dabei. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Stirb nicht, während ich weg bin. Ich komm schon vorbei und bring das Scheiß wie um. Los, weg, 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 weg. Stirb, du Homo fürst. Ich hasse dich. So. Hier tanke ich dann wieder den Pharaon-Typen da. Entschuldigung. Manchmal hat man das. Nee. Hier drauf und dann schön. ne Flanke. Gibt's gleich an unseren schönen Schwertkämpfer. Und jetzt. Bam. 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 So. Wenn ich... Ach. Wenn ich so mach. Hm. Hoffen wir mal, dass der Dicke stark genug dafür ist. Okay. Ich glaub, diese Bomberman-Strategie von gerade eben, die war gar nicht schlecht. Beide, komm, beide. Na, einer reicht. Und dann will ich mal gucken, ob das klappt. Nicht getroffen werden und lassen wir nochmal schießen. Ja. Ja. Nein. Aua. Und hier durch. Ab ins Exit. So Mann, diese Monster werden immer stärker Hey, keine Sorge, ich beschütze euch Wir sind verdammt Game over, Mann So, jetzt erstmal Einen schönen Schluck aus der Pulle Das hab ich mir verdient Passwort ist Pharao Das ist ja mal Kreativ Und die Mucke ist immer noch da Oh Gott, da kommt gleich schon wieder Tut endlich der Moon Hauptschule, Hauptschule Was kommt raus Was ist hier Ah Ah, das hätte ich mir auch denken können Hier sind so viele Fallen drin So, wie mach ich das jetzt Am besten erstmal wie immer Olaf geht vor Ja, kann erstmal nichts passieren Safe Nee, nee Eric hätte ich am besten mal oben gelassen Wer weiß Ja Ja Ja, sterbt ihr Das ist ja mal richtig ein Beat'em up hier Ich krieg euch alle So, jetzt Eric In die Richtung Und dann Olaf Ach, durchs Wasser kommt das nicht Ja, das macht ja irgendwie Sinn So, Eric saven Und dann Push the button Weiter runter Mal gucken, was es hier so gibt Hier sieht's aus Ja, da kommt wieder Gegner Kriegst du jetzt erstmal eine schöne Headnut Oh, nee, doch, nee Ich krieg die Ah Ins Gesicht Nein, nein, nein Nicht da durchspringen Oh Gott Springt Springt der einfach über meine Defense Ich bin mal gespannt Wer dann als nächstes diese Berry braucht Okay, was hier jetzt passiert Ach, ach, so Ja Dann Olaf nach oben Und runter mit dir, Dicke Oh, nein Oh, nein Aber ich mach das jetzt wieder One on one Ich bin so wilder Oh Hau ab Da gewinnt er Da gewinnt er Mit nur einem Lebenspunkt Nein, nicht noch einer Nicht noch einer davon Langsam wird's echt eng Wo ist der Ausgang Nein, nicht noch Baa Dich krieg Warte Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Ich hab ne gute Idee Nein, da ist auch noch so ein So, was mach ich jetzt Was mach ich jetzt Bailiok und Olaf dürfen jeweils nur einmal getroffen werden Von diesem Scheiß Skorpion, ne Ich schieße jetzt blind da rein Und warte, dass es kommt Aaaaa Aaaaa Down Down Down